Guten Tag, mein Name ist Thorsten Rohde. Ich arbeite seit zwölf Jahren im Luisenhospital in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie unter Chefarzt Dr. Friedhoff-Trommer. Meine besonderen Schwerpunkte liegen in der Gelenkchirurgie, speziell in der Endoprothetik und in der Knorpelchirurgie. Von daher hat es mich sehr gefreut, dass das Luisenhospital beschlossen hat, das Zentrum für Gelenkchirurgie zu gründen, um das Endoprothetikzentrum und das Knorpelzentrum unter einem Dach zu vereinen. Die bisher gute und bewährte Zusammenarbeit zu dem Kollegen Dr. Stefan Andereyer vom Adabert-Steinweg wird jetzt noch eine personelle Veränderung hinzukommen. Wir haben noch die sehr kompetenten Kollegen aus Alsdorf, Dr. Matthias Becker und Dr. Jörg Hammer gewinnen können, die auch gemeinsam in dem Zentrum mitarbeiten werden. Die genannten Kollegen werden sich in den nächsten Videos bei Ihnen persönlich vorstellen. Wir hoffen, dass wir Sie bald bei Bedarf natürlich in dem Zentrum für Gelenkchirurgie bei uns begrüßen dürfen. Vielen Dank.